Guck mal, Jinn Riomon, alter. Jinn Riomon, guck ihn dir an, alter. Der ist mal ultra-awesome. Ja, das ist übelst awesome. Der macht übelst Party. Party-hard. Deiner ist so ein Disco-Free. Komm, lass weiter. Na, man, ich lass weiter. Warte, warte. Weiter, man. Warte, ey. Au, ich hab ne Box. Äh, was ist in diesen Geschenken drin? Hüte. Hüte? Ja. Ne, ich hab da ne... Und dann kannst du Santa-Scheiße rausbekommen. Ja, ich hab Santas Giftbox. Ja, ja. Was ist da drin? Daraus kriegst du dann so blaue Hüte, weiße Hüte, rote Hüte. Okay, schon lange nicht mehr gemacht. Wenn du die eintauscht, kannst du zum Beispiel, äh, für 100 weiße, kriegst du, glaub ich, ein Digi-Egg. Was? Hundertprozentiges. Ach. Ja, so Christmas-Special-Digi-Egg oder so heißt das. Ja, und was kann da drin sein? Drei von Fünfer oder vier von Fünfer? Vier von Fünfer, alles. Ja, hammergeil, ey. Die werden doch da vertickt für Nüsse. Ja. Die Hüte. Für Nüsse? Ich find die voll teuer, Alter. Geht, ne? Also wenn du so ein Vier von Fünfer für einen Tee bekommen kannst, immerher damit. GG, ne? Ist aber halt random, was du rausbekommst. Wo bist du? Einfach geradeaus, weiter, weiter, weiter. Ach, hier nicht fighten, oder was? Nein, 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 wir gehen zu Dingens, ähm, wie heißt, Seboroman, oder so. Bist du wieder am fighten, ja? Ja, gegen Dokugumon. Ja, ist schon cool. War eine gute Wahl, dass ich den gezogen habe, ne? Ey, Level 12. Hast du schon wieder jemanden angetaggt? Ja. Wie, du bist Level 12? Report! Instant. Ich hab die besseren DS-Chips. Das liegt ja nicht an den DS-Chips. Doch. Die geben ja keine EXP, du Held. Doch, geben sie. Meine. Ich hab bessere. Echt? Du hast EXP-DS-Chips, ne? Ja, das sind die Chips, die ich in den Schuhen reingeballert hab, weißt du? Ja, ja, klar. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja meine Aufnahme angucken. Ja, wieder der View-Geile, weißt du? Ja, sicher. Alten View-Geilen. Du musst doch ein bisschen aufholen. Öpfer, du. Also, wenn ihr aus Shuichis Sicht sehen wollt, die ganzen Stats und so von Kameemon, dann zieht euch sein Let's Play rein. Müsst ihr aber nicht, weil der scheiße ist. Ja, genau. Flamed ihn. Macht ihn, Nina. Wenn ihr den seht bei Digimon. Also, ich will jetzt bei der nächsten Folge von Shuichi, wo ihr das hier hört, will ich auf jeden Fall 100 Kommentare sehen, wo er geflamed wird. 100 Kommentare? Alter, sag mal ein bisschen gnädig, ja. Okay, 200. Aus dem verdankst du mir noch was. Ja, Ryo Damon. Ja. Hast du mir eh versprochen, dass du ihn mir holst. Ist egal. Aber ich trotzdem lebe. Versprochen ist versprochen. Man wird auch nicht gebrochen. Ja, ja, ja. Ich fühle ihn toll. Toll. So, und warum leveln wir auch nicht unsere anderen Digimons weiter? Das wäre vielleicht auch eine Frage, die kommen könnte. Weil ich das Digimon erst weiterlevel, wenn es 12-12 ist. Und da es das noch nicht ist, werde ich ihn nicht weiterleveln. Warum hast du den nicht 12-12 gemacht? Wir hatten zwei Wochen Zeit. Ah, habe ich dafür Geld? Nee. Nicht wirklich, wir haben WoW gesuchtet. Ja, wie die, wie die, wie die Beserker. Also, wenn jemand Bock hat, WoW mit uns zu zocken, wir zocken auf Server Blackmore. Mhm. Blackmore. Das ist ja Doppel-O. Blackmore. Ja, das ist unser neues Sucht-Game. Ja, ja, das ist aber ein Game, was wir nicht aufnehmen werden, weil es soll einfach, also ich werde es nicht aufnehmen. Du nicht aufnehmen. Chewie plant da schon etwas. Ja, planen schon, aber ich bin mir noch nicht sicher. Also, ich habe mich entschieden, das nicht aufzunehmen, weil das ist einfach zu viel. Ich will lieber nebenbei, neben Digimon noch andere Games spielen, so wie Razii oder so. Was würden deine Zuschauer dann sagen, weißt du, das war einfach mal so ein Erbo. Digimon, ihr seid zwar alle hier auf dem Channel nur wegen Digimon, aber scheiß auf euch. Erinnere dich, Alter, scheiß auf euch. Nein, natürlich nicht. Und deswegen macht er auch keinen WoW. Ich habe schon, ich habe immer gesagt, von Anfang an, ich spiele das, worauf ich Bock habe. Digimon macht noch ein bisschen Spaß. Also jetzt sowieso, weil ich jetzt endlich Rio Daman habe, das Fickvieh, was erstmal voll viele Ecks verballert hat. Also, ich rate euch, cash das Egg. Kannst du mal aufhören zu tanzen, Momongo, Alter? Die müssen das nicht cashen. Ich habe Rio Daman habe ich auch gemacht. Ja, du bist auch eine Fotze. Nee, ich war einfach nur... Ich habe einfach nur Ex geholt und dann habe ich voll Glück gehabt, weil ich den Spieleentwickler in den Hintergrund gekrochen bin. Deswegen habe ich Rio Daman geschenkt bekommen. Nee, aber manchmal hat man Glück, weißt du. So ist das. Ich meine, dass du jetzt hier 200 Eier verballert hast. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Azi, ne? Man hat mal Azi, genau. Man hat mal Azi. Man hat. Man hat, da fällt mir doch einer ein. Du weißt, wen ich meine. Man hat mal Guides. Nein. Achso, mit Matt? Nein, auch nicht. Aber der ist auch auf das Matt, aber der ist egal. Wer denn? Maha. Achso. Achso. Ja, lassen wir mal. Token LP meinst du? Jo. Der übelste Pro, ja? Der übelste Pro. Wer? Der Token LP. Ja, ja. Ich. Ich, Junge. Wir gucken gleich weiter, ja? Noch ein Level ab. Jo. Also bei mir noch ein Monster. Nee, zwei. Boah, Alter. Pater Mons, ne? Bis du die mal angeklickt hast, da ist, weiß nicht, übergestern. Übergestern? Ja, ehrlich, ey. Boah, diese Kackviecher. Vormorgen ist dann dann. Ist dann 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 dann. Ja, ist die Attacke, Alter. Bujin Ha. Bujin Ha. Ich liebe die Attackennamen von den Drachenviechern. Die heißen immer so geil. Meiner heißt... Gawapa Rapper. Gwapa Rapper? Gawapa Rapper. So, der war 15, sagst du? Also, ein weiter? Mhm. Mal. Ach, wir haben ja schon wieder neue Inside-Wörter, ne? Genau. Hier, Dingens. Was ich sagen wollte, Leute. Demnächst, ich werde... Ich weiß nicht, ob es... Diese Woche, glaube ich, nicht mehr, weil jetzt mit Silvester und so kommt einfach viel zu viel auf mich zu. Nächste Woche oder so werde ich auf jeden Fall einen Livestream starten. Könnt ihr zusehen, wie ich Omegamon weiterlevel. Ich habe mir 30 Tage Juryship wiedergeholt. Also werde ich auf jeden Fall einen starten. Ja, also man kann auch... Was ist Gwapamon? Gwapamon ist... Darta, glaube ich, oder? Ist eine Schildkröte. Ja, ist ein Darta. Ja, dann musst du dir Vakienviecher suchen. Ja, gibt's da doch hier. Renamons, oder nicht? Kann ich da hin? Ja, weil ich gehe hinten zu Dingens. Ja, ich war da auch letztens. Ich hatte auch einen Darta, oder nicht? Ja, wenn du da parkst. Ja, diesmal ist deins, aber nicht Enchanted, ne? Ja, ist egal. Wird schon. Hast du schon. Hast du Heilung? Ja, dann mache ich die ersten Paar... Die ersten Paar mache ich dann mit Dings, mit Chicken Mongos. Er hat's ja... Nein, das ist bei mir nicht. Chivalry. So, Channel 0, ja? Jo. Ja, aber eben. Aber eben. Die Renamons boxen. Geht bestimmt klar. Ja, sicher. Ja, sehr. Hast du nur noch Hälfte live, weißt du so? Ja, sehr. Wir. Nein, guck. Gleich so tot so. Ja, sehr. Also, ich schaffe einen, da muss ich halt wieder... Ja, muss ich auch. Nee, okay, ich würde, glaube ich, sogar packen. Nee, ich schaffe auch nur einen, weil dann haut er mich auf Hälfte. Wenn ich misse, dann ist es natürlich scheiße, aber... Dann bist du eine Mistgeburt. Es ist nur jetzt ein bisschen, weißt du, es ist nur ein bisschen langweilig, glaube ich, für die, dass wir schon wieder denselben Run machen, den wir nicht gemacht haben. Ach was? Das interessiert... Das mache ich schon seit acht Monaten. Das interessiert ihn kein Stück, glaub mir. Okay. Das ist denen scheißegal. Die wollen einfach nur die Digimon sehen. WTF? Hilfe, 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 Hilfe. Und die wollen natürlich meine gottgleiche Stimme... Ja, 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 hau rein. Ich weckere dir gegangbangt von den beiden. Ja. Ach, schade, du darfst... Ohne Witz, helf mir. Hast du kein Chicken, Mungo? Ja, doch, aber ist nicht ready. Ja, jetzt ist ready. Weil du gegangt bist... Du hast dich gerade geheilt. Ich habe die zwei gesehen. War Hammer, ey. Ja, dann greift nur Devimon an. Ja, nee, weißt du, da kommt doch einfach... Spawn doch mal so ein Leader. Ja, nee, ja, nee, Leader. Deswegen greift man als erstes die Leader an. Ja, aber der ist gespawnt, Junge. Hast du nicht gesehen? Ja, weil ich den gerade gekillt habe, Junge. Ja, siehst du? Da musst du aufpassen, Junge. Ja, wie soll ich... Soll ich irgendwie hell sehen, oder? Ja, sehr. Wie denkst du dir da? Du zählst bis 13 und dann... Boom. Du denkst, du denkst, du? Metal Armor Blade. Ah, Hammer. Ich habe ja nur noch hier zweite Attacke, oder? Ich schwöre. Wie heißt die? Schwirm of Big Man. DJ Shooter. Metal Armor Blade. Irgendwie sind meine Attacken ziemlich geil. Meine Attacken sind geil. Ach, deine sind einfach nur so... Ich heiße hier Shadow und sonst was. Hast du nicht gesehen, ne? Ja, du nennst dich einfach Shadow Kill Death Killer. Boah, der macht übelsten Schaden. Habt ihr gesehen, Jungs? Mädels? Also, hi, Marci. Einziges Mädel, was so... Ja. Was so da rumrennt. Nee, du hast aber... Sagst du uns nicht... Ja, bei der Anzeige steht mehr, aber... Die wollen nicht mit uns reden, weißt du? Die hassen uns. Die hassen mich. Die mögen mich einfach nicht. Die haben mich einfach nur so aus Mitleid abonniert. Ja. Ach ja, der ist schon süß, aber... Der ist schon süß. Was Ernstes wird das nicht. Die heißen nicht André. Die sagen nicht süß zu mir. Nee, was denn? Die sagen, guck dir den Spinner an. Guck dir den Haslon an, ey. Haslon sowieso nicht. Hammerabartig. Er sieht aus wie ein junger Gott, aber redet wie so ein Mongo. Oh, Level 17, Alter. Sag mal, du hast mich eingeholt, ne? Ja, aber ich nur Leader kill. Ja, mal. Eigentlich kill ich auch nicht. Was mir jetzt noch eingefallen ist. Äh... Ja. Ich bin ja schon sagen.